So, welcome back ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch, was teste ich eigentlich? Das L'Oreal Texture Flame Creme Modellierwachs. Heißt das so? Modelliercremewachs, scheiße. Nochmal. Welcome back ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das L'Oreal Paris Texture Flame Modelliercremewachs. So, jetzt ist es richtig. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube Channel bist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Und wenn du Bock hast, schalte auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch, dort darfst du mir auch sehr gerne folgen, dort gibt es eher so ein bisschen mehr privatere Einblicke von mir. Und wenn du tatsächlich gerade erst neu auf meinem YouTube Channel bist, dann weißt du noch nicht von meinem Special. Wenn du dir gerade wirklich unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling Produktes, dann sende mir eine E-Mail mit deiner Frisur an info at darien-quarter.com und ich antworte dir auf diese E-Mail mit drei passenden Haarstyling Produkten, die zu deinem Haartyp passen. So Leute, kommen wir jetzt zum Produkt, zum L'Oreal Paris Texture Flame Modelliercremewachs. Was ein langer Name für ein Produkt. Das Produkt kommt in einer gelb-grün-lila Plastikdose und es sind insgesamt 75 Milliliter drin. Wenn ihr das Produkt aufmacht, dann kommt euch auch schon das Modelliercremewachs entgegen. Das ist ganz weiß und es ähnelt eher einer Haarcreme als einem Haarwachs. Altern hat dann drei Fingerspitzen von dem Produkt genommen, in seine Hände verteilt und dann in seine feuchten Haare eingearbeitet. Bei der Einarbeitung ist dann schon aufgefallen, dass das Produkt sich nicht optimal in seinen Haaren verteilen lässt. Altern hat dann einen feinen Kamm genommen, um dann seine Haare ein bisschen zu ordnen und seinen Scheide zu ziehen. Zusätzlich hat er dann einen Föhn genommen und seine Haare in die Richtung geföhnt, in der sie später auch liegen sollen. Er hat dann geföhnt, geföhnt und geföhnt, bis seine Haare dann fast trocken waren. Nach dem Föhn hat er dann zusätzlich nochmal drei Fingerspitzen von dem Produkt genommen, in seine Haare eingearbeitet und auch da ist wieder aufgefallen, dass das Produkt sich einfach nicht komplett zu 100% in den Haaren gut verteilen lässt, sondern hier und da sind halt noch ein paar Rückstände von dem Produkt, was natürlich nicht optimal ist. Aber so sah anschließend Alterns Frisur dann aus. So Leute, kommen wir jetzt zum Rating des Produktes. Also für den Geruch machen wir nochmal den Test. Ja Leute, ich finde es einfach nicht geil, wenn das Produkt irgendwie so sehr nach Chemie oder nach Duschgel oder was weiß ich riecht. Das ist also sehr künstlich. Aus dem Grund gebe ich für das Produkt 2 von 5 Punkten für den Geruch. Kommen wir zur Anwendung des Produktes. Ihr habt eben schon mitbekommen, das Produkt konnte man nicht vernünftig in den Haaren verteilen. Es gab irgendwie überall Rückstände und aus dem Grund bekommt das Produkt einfach nur 2 von 5 Punkten. Und ja, man kann auch von günstigen Produkten nicht jetzt weltbewegende Dinge erwarten. Also ja, man hat einfach ein paar Rückstände in den Haaren. Der Halt des Produktes. Ja, es steht ja drauf, das ist auch geil, ne? Es steht immer irgendwie drauf, extremer Halt und extremer Matteffekt. Leute, das Zeug hat definitiv keinen extremen Halt. Also zum Halt her würde ich maximal 2 Punkte verteilen, nicht mehr. Nicht immer ist auch das drin, was draufsteht. Immer dran denken. Kommen wir jetzt zur Auswaschbarkeit des Produktes. Das Produkt konnte man ganz okay aus den Haaren herauswaschen. Allerdings braucht es da schon ein bisschen Shampoo, damit man das Produkt wirklich restlos aus den Haaren herausbekommt. Deshalb gebe ich an dieser Stelle auch nur 3 von 5 Punkten für die Auswaschbarkeit. Kommen wir jetzt zum Preis des Produktes. Ihr bekommt 75ml des Texture Flame Modellierwachses für 4 Euro. Und ich muss sagen, ja, das Produkt ist halt nicht gut. Ihr bekommt 75ml, was soll man dazu sagen? Ich gebe einfach auch immer eine 3 für den Preis. 4 Euro ist nicht viel, ist aber auch kein gutes Produkt. Von daher, okay. Insgesamt bekommt das Produkt all in all 12 von 25 Punkten von mir. Ihr findet den Link zum Produkt selbstverständlich auch in der Infobox. Also falls ihr das Produkt mal austesten wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne bei Amazon bestellen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Daniel, kannst du das Produkt weiterempfehlen? Nein. Und wenn ihr jetzt fragen würdet, Daniel, würdest du das Produkt selber benutzen? Definitiv nicht. Also damit hat sich eigentlich die Frage erledigt, ob das Produkt wirklich empfehlenswert ist. Leute, ich sage immer, lasst die Finger weg von Billow-Produkten. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auf jeden Fall jetzt ein Stück weiter seid in der Entscheidung eures Haarstudding-Produktes. Also das hier, zack, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jeden Daumen da draus. Schreibt doch gerne einen Kommentar, falls ihr das Produkt zufälligerweise schon mal getestet habt und ihr völlig anderer Meinung seid als ich. Ich freue mich auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.